Das Saarland ist seit 1957 ein Land im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland an der mittleren Saar gelegen. Die Landeshauptstadt ist Saarbrücken. Das Gebiet des heutigen Saarlandes stand im Laufe seiner jüngeren Geschichte zeitweise unter französischer Hoheit oder Einfluss. So kam es im Zuge der Reunionspolitik unter Ludwig XIV. Infolge der französischen Revolution bzw. unter Napoleon I. Als Saargebiet und als autonomer Saarstaat zu einer Abtrennung von Deutschland. Frühgeschichte und römische Zeit. Zeugnisse menschlicher Besiedlung des heutigen Saarlandes reichen bis in die Altsteinzeit vor rund 100.000 Jahren zurück. In den letzten vorchristlichen Jahrhunderten lebten die keltischen Stämme der Mediomatrika und der Treverer in diesem Raum. Nach der Eroberung durch die Römer im 1. Jahrhundert v. Chr. entstanden zahlreiche kleine galore-römische Landstädte und ländliche Villen. Vor allem in der Saar-Mosel-Region, z.B. in Nennigperle und in Dillingen, sowie im Bliesgau. Z.B. Homburg-Schwarzenacker und Bliesbrock-Rheinheim. Ein Kastell am Fuße des Heilbergs und eine Siedlung in St. Anual waren durch eine Brücke über die Saar verbunden. Galore-römische Heiligtümer sind an vielen Orten nachweisbar. Mittelalter. In der Völkerwanderung brach die Römer Herrschaft zusammen. Die Franken assimilierten die galore-römische Bevölkerung. Galore-römische Sprach- und Volksreste blieben aber in den Abseits der Hauptverkehrswege. Gelegenen oder weniger attraktiven Besiedlungsgebieten noch bis ins Mittelalter erhalten. Erkennbar z.B. an den mosel-romanischen Ortsnamen eine erste Christianisierung fand bereits in römischer Zeit statt. Die neu eingewanderten germanischen Bevölkerungsschichten wurden durch eine zweite Mischenswelle angelsächsischer und eroschottischer Missionare. Christianisiert. Nach der Christianisierung gehörte das Land an der Saarkirchlich zum Bistum Metz und zum Erzbistum Trier und teilte fortan die Geschicke des Fränkischen Reichs, Lotharingiens und des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Im Hoch- und Spätmittelalter entstanden im Westrich zahlreiche Kleinterritorien. Diese waren aufgrund ihrer stärkeren Nachbarn nicht in der Lage, eine mehr als nur regionale Bedeutung zu erreichen oder ihr Territorium wesentlich auszuweiten. Frühe Neuzeit. Das Gebiet des heutigen Saarlandes wurde in wesentlichen Teilen durch benachbarte Fürsten regiert. Hierbei sind insbesondere die heute neben Nassau-Saharbrücken im Landeswappen des Saarlandes vertretenen Territorien, das Herzogtum Lothringen, das Kurfürstentum Trier und das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken zu nennen. Im 16. Jahrhundert wurde in Pfalz-Zweibrücken die Reformation nach lutherischem, später nach kalvinistischem Bekenntnis eingeführt. In Nassau-Saharbrücken nach lutherischem Bekenntnis. Während die zum Herzogtum Lothringen gehörenden Gebietsteile westlich der Saar und zwischen Wallerfang und Toli und die dem Erzbischof von Trier unterstehenden nordsaländischen Gebiete katholisch blieben. Das 17. Jahrhundert war für die Region des heutigen Saarlandes eine Zeit schwerer Verwüstungen und Verheerungen. Der Dreißigjährige Krieg brachte große Verwüstungen, weniger durch unmittelbare Kriegshandlungen, sondern vielmehr wegen der durch die Region hindurchziehenden Heere, die das Land fast ohne Bevölkerung zurückließen. Bei der Rückkehr des Saarbrücker Grafenhauses am Ende des Krieges ergab eine Volkszählung, dass in der gesamten Grafschaft Nassau-Saharbrücken noch 248 Menschen am Leben waren. Die Fortdauer des Krieges in Lothringen bis 1661 sowie der bald danach erneut ausbrechende Konflikt mit Frankreich in den Reunionskriegen, in deren Verlauf auch der Saarbrücker Graf Gustav Adolf in der Schlacht bei Kochersberg fiel, erschwerten und verzögerten den Wiederaufbau und die Entwicklung der gesamten Region. Erst die gezielte Werbung von Einwanderern zum Beispiel aus Wallonien, Österreich und der Schweiz oder auch die Ansiedlung von französischen Hugenotten am Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbrachten. Einen wirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Aufschwung. Französische Zeit Nach dem Dreißigjährigen Krieg wuchs der Einfluss Frankreichs auf die Saargegend. 1680 wurde das Gebiet während der Reunion in dem Königreich Frankreich angegliedert, das die neu gewonnenen Gebiete zu einer Saarprovinz zusammenschloss. Dieser Zustand endete 1697, als Frankreich im Frieden von Rieswig die Reunionen an der Saar und in der Pfalz wieder aufgeben musste. Ansätze der frühen Industrialisierung erlebte das Gebiet schon im 18. Jahrhundert durch die Verstaatlichung der Steinkohlengruben und Ausbau wie auch neuer Richtung von Eisenhütten und Glashütten. 1792 begann der Erste Koalitionskrieg zwischen Frankreich und einer Koalition aus Österreich, Preußen und weiteren Staaten. 1792 stießen französische Truppen unter Adam Philippe de Castin bis zum Rhein vor. In den Folgejahren besetzten französische Truppen nach wechselndem Kriegsverlauf das gesamte linke Rheinufer. Der zentrale Teil des heutigen Saarlandes kam zu dem 1798 errichteten Departement de la Sare, Gebietsteile im Westen zum Departement de la Moselle und Gebietsteile im Osten zum Departement du Montonere. Während der napoleonischen Herrschaft teilte das Gebiet die Geschicke des Ersten Kaiserreichs. 19. Jahrhundert Nach dem Wiener Kongress, vor allem durch den Zweiten Pariser Frieden, fielen die größten Teile des heutigen Saarlandes an die Königreiche Preußen und Bayern. Kleinere Teile an andere Staaten des Deutschen Bundes, nämlich das Fürstentum Lichtenberg mit Sankt Wendel an das Herzogtum Sachsen-Koburg-Saalfeld und das Fürstentum Birkenfeld an das Großherzogtum Oldenburg. Die preußischen Gebietsteile kamen zu dem neu gebildeten Regierungsbezirk Trier in der Provinz Großherzogtum Niederrhein. Die 1822 in der Rheinprovinz aufging, die bayerischen Gebietsteile zum neu gebildeten Rheinkreis, seit 1835 Rheinpfalz genannt. Die Errungenschaften der Französischen Revolution blieben als rheinisches Recht erhalten. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Steinkohlebergbau und die Eisen- und Stahlindustrie. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870 und der Schlacht bei Spichern vor den Toren Saarbrückens führte die Gründung des Deutschen Reiches und die Angliederung Elsass-Lautringens zur Bildung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes bis zur französischen Grenze. An der Saar entstand das drittgrößte Schwerindustriegebiet des Deutschen Reiches. Das als Saarrevier und seit den 1890er Jahren meist als Saargebiet bezeichnet wurde. Saargebiet von 1920 bis 1935 Nach der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg kam das Saargebiet gemäß der Artikel 45 bis 50 des Versailler Vertrags unter die Regierung des Völkerbundes. 1920 wurde es mit einem Mandat des Völkerbundes für 15 Jahre unter französische Verwaltung gestellt. Das Mandatsgebiet mit einer Fläche von 1.912 Quadratkilometer und 770.030 Einwohnern umfasste den Südteil der preußischen Rheinprovinz und den Westteil der Bayerischen Rheinpfalz. Die Grenzziehung orientierte sich an den Wohnorten der Bergleute, die in den Kohlengruben des Saarreviers arbeiteten. Kleiner zugeschnitten als das heutige Saarland, gehörten der südliche Hunsrück als sogenannter Restkreis Merzig-Wadern und der nördliche Saargau zwischen Saar und Mosel nicht zum Saargebiet. Wirtschaftlich wurde das Saargebiet in das französische Zoll- und Währungsgebiet integriert. 1935 sollte laut Vertrag eine Volksabstimmung über den künftigen Status stattfinden. Die Besetzung des Saargebietes durch französische Kolonialtruppen bestärkte die Saarländer im Wunsch, ins Deutsche Reich zurückzukehren. Alle saarländischen Parteien unterstützten das bis 1933. Mit der Machtübernahme der NSDAP unter Adolf Hitler im Deutschen Reich änderte sich die Politik der linken Parteien im Saargebiet. Nun wurde der Status quo propagiert, das hieß bei Behaltung der Mandatsverwaltung bis zum Sturz Hitlers. Aber 15 Jahre Heim ins Reich Politik aller wichtigen saarländischen Parteien konnten ab 1933 bis zur Volksabstimmung am 13. Januar 1935 nicht mehr ausgeglichen werden. Hitler wurde nicht als Gefahr wahrgenommen. So stimmten dann 90,73% der Wähler für eine Vereinigung mit Deutschland, 8,86% für den Status quo und nur 0,4% der Wähler für eine Vereinigung des Saargebietes mit Frankreich. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 im Deutschen Reich war das Saargebiet zum Zufluchtsort vieler im Reich verfolgter geworden. Allen voran Juden, Kommunisten und Sozialdemokraten, aber auch von Oppositionellen beider christlicher Konfessionen. Durch seine Sonderstellung war das Saargebiet des Weiteren ein wichtiger Drehpunkt für das Einschleusen antirassistischer Propaganda ins Deutsche Reich. Nach dem überwältigenden Mehrheitsergebnis für den Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland flohen viele Hitlergegner und von Verfolgung bedrohte aus dem Saargebiet. Vor allem nach Frankreich, das Saargebiet gehörte ab dem 1. März 1935 wieder uneingeschränkt zum Deutschen Reich. Es trat aber nicht wieder zu Preußen bzw. Bayern zurück, sondern blieb als politische Einheit unter dem neuen Namen Saarland erhalten. In der Parteiorganisation der NSDAP bildete es zusammen mit der Bayerischen Pfalz den GAU Saarpfalz. Das Saarland wurde durch Josef Bürkel ab 1935 zunächst als Reichskommissar, ab August 1940 dann als Reichsstadthalter in Saarbrücken verwaltet. Diesem waren auch die Pfalz und ab 1940 DK Sekunden deutsch besetzte Lothringen unterstellt. Der förmliche Zusammenschluss dieser drei Verwaltungseinheiten zum geplanten ReichsGAU Westmark ist aber nicht mehr zustande gekommen. Der auf französischer Seite als Verteidigungssystem gebauten Maginot-Linie wurde auf deutscher Seite seit 1938 als Verteidigungslinie der Westwall entgegengestellt. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde ein 10 Kilometer breiter Streifen entlang der Reichsgrenze, die sogenannt Rote Zone, von der Zivilbevölkerung geräumt. Eine entsprechende Räumung erfolgte auch auf französischer Seite. Während des sogenannten Sitzkrieges stießen französische Truppen im September 1939 bis zu 8 Kilometer auf deutsches Gebiet vor und hielten zwölf Ortschaften. Der geräumten Grenzregion bis Mitte Oktober 1939 besetzt. Im Frühjahr 1945 kam es erneut zu Kampfhandlungen in dem Gebiet. Nach der Angliederung des Saalans ans Deutsche Reich wurde auch hier die nationalsozialistische Verfolgung gegen Juden und Oppositionelle vorangetrieben. In der Reihe gegen das Vergessen der Aktion 3. Weltsaar werden die Verbrechen und der Terror. Aber auch der Widerstand saarländischer Bürger unter der Herrschaft der Nationalsozialisten für die Landkreise Merzig war dann und Saarlouis anhand Viele Einzelschicksale dokumentiert. Von den um 1930 etwa 3000 zählenden Saarländern jüdischen Glaubens wurden ca. 700 im Rahmen der nationalsozialistischen Verfolgung ermordet. Nur wenige Überlebende kehrten nach 1945 ins Saarland zurück. Abtrennung nach 1945 Nach dem Zweiten Weltkrieg beabsichtigte Frankreich ursprünglich, das gesamte linksrheinische Gebiet von Deutschland abzuspalten. Diese Pläne wurden jedoch auf den Außenministerkonferenzen der Alliierten abgelehnt. Die Ablehnung erfolgte unter Verweis auf die Atlantik Katar, dass es keine Gebietsveränderungen geben dürfte, die nicht mit den frei geäußerten Wünschen der betroffenen Völker übereinstimmen. Um es sich mit den Franzosen nicht zu verderben, gaben die USA jedoch ihre Zustimmung für eine Abtrennung des Saarlandes. Dessen Gebiet gegenüber 1920 vor allem im Nordwesten und im Norden etwas vergrößert wurde. Am 10. Juli 1945 rückten französische Besatzungsgruppen in das Saarland ein, das die dortigen US-Einheiten verließen. Am 16. Februar 1946 wurde das Saarland der Zuständigkeit des Alliierten Kontrollrates entzogen. Mit Wirkung vom 20. Juli 1946 wurde das Landesgebiet nicht unwesentlich durch vormals preußische und birkenfältisch-oldenburgische Gemeinden erweitert. Ende 1946 errichtete man eine Zollgrenze zum restlichen Deutschland. Kurze Zeit später wurde das Land zu einem französischen Protektorat mit einer eigenen Regierung und Verfassung. Die Präambel der Verfassung sah einen wirtschaftlichen Anschluss an Frankreich vor. Dies hatte für die Bevölkerung zwar wirtschaftlich positive Folgen und löste, noch vor dem deutschen Wirtschaftswunder, ein starkes Wirtschaftswachstum aus. Auch gab es mit der Mouvement-Pour-Lehrer-Tachemont-de-Lazare à la France eine starke frankophile Bewegung im Saarland. Dennoch wurde weiterhin ein möglicher politischer Anschluss an Frankreich weitgehend abgelehnt. Mit Wirkung vom 8. Juni 1947 wurden 61 Gemeinden der Landkreise Trier und Saarburg wieder aus dem Saarland ausgegliedert. Gleichzeitig wurden 13 vormals bayerische, birkenfältische oder preußische Gemeinden der Kreise Birkenfeld und Kusel dem Saarland angegliedert. Im Jahre 1949 erfolgte eine letzte Grenzänderung durch Anschluss der ehemals pfälzischen Gemeinde Kirberg. Am 16. Juli 1947 wurde die Saar-Währung Saarmark in der Parität 1 Reichsmark ist gleich 1 Saarmark eingeführt, die den Hintergrund hatte, die im zweiten Schritt vorgesehene Einführung des französischen Frost vorzubereiten. Mit diesem Schritt sollte der Verbringung von Reichsmarkbeständen aus den anderen westlichen Besatzungszonen, dem Gebiet der späteren Bundesrepublik, in das Saarland mit dem Ziel der späteren Umwechslung in damals wesentlich stabileren Front vorgebeugt werden. Am 15. November 1947 wurde der französische Front offizielles Zahlungsmittel. Am 23. März 1948 die Zollunion offiziell bestätigt, später wurden die französischen Münzen durch eigene Saarfranken ergänzt. Die jedoch den analogen französischen Münzen genau glichen und auch die Währungskonvergenz blieb bestehen. Im Juli 1948 erhielten alle Saarländer eine eigene Staatsangehörigkeit, sie wurden sauer. Die von Frankreich eingesetzte Regierung, vorwiegend aus Emigranten und von den Nationalsozialisten verfolgten bestehend, sorgte dafür, dass im Saarland nachhaltiger entnazifiziert wurde als in irgendeinem anderen Teil Westdeutschlands. Nach anfänglicher Zustimmung der Bevölkerung zu dem neuen Status, was sicherlich auch mit der raschen wirtschaftlichen Erholung noch vor dem sogenannten Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik zusammenhing, stieg der Widerwille gegen die Regierung in den 1950er Jahren an. Parteien, die gegen eine Eigenstaatlichkeit eintraten, vor allem die großen Parteien der Bundesrepublik, wurden nicht zugelassen. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit wurde eingeschränkt. Die Saarregierung rechtfertigte diesen Schritt damit, dass ein Staat keiner Partei ein Betätigungsfeld bieten dürfe, die seine Existenz grundlegend ablehne. Bundeskanzler Konrad Adenauer verweigerte jeden Kontakt zu der als separatistisch bezeichneten Regierung Hoffmann. 1952 rief die verbotene prodeutsche DPS dazu auf, bei der Landtagswahl ungültige Stimmzettel abzugeben. Was rund ein Viertel der Wahlberechtigten auch tat, dies stellte auch einen Wendepunkt in Adenauers Saarlandpolitik dar. Er nahm Kontakt zur Saarregierung auf, vor allem um seine Projekte der Westbindung und der Aussöhnung mit Frankreich nicht zu gefährden. Dieser neue Kurs mündete in der Unterzeichnung des Saarstatuts am 23. Oktober 1954 in Paris als Teil der Pariser Verträge. In der deutschen Innenpolitik wurde Adenauer wegen des Saarstatuts scharf angegriffen, obwohl das Statut eine Volksabstimmung vorsah. Vor allem die SPD und FDP sahen darin eine de facto Abtretung des Saalans an Frankreich. Volksbefragung 1955 und Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland 1957. Am 23. Oktober 1955 wurde schließlich nach einem heftig geführten Abstimmungskampf eine Volksbefragung über die Zukunft des Landes durchgeführt. Wobei 67,7% der Saarländer mit Nein stimmten und sich damit gegen das Saarstatut entschieden. Das Saarstatut war die Vision des saarländischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann, der das Saarland zum ersten europäischen Territorium machen wollte. Die Planung ganzer Stadtteile in und um Saarbrücken, die die heute in Brüssel, Luxemburg und Straßburg befindlichen europäischen Institutionen aufnehmen sollten, war bereits angelaufen. Das Ergebnis der Abstimmung werteten die politisch Verantwortlichen in den beteiligten Regierungen als Wunsch der Saarländer, sich der Bundesrepublik anzuschließen. Am 27. Oktober 1956 wurde in Luxemburg der Saarvertrag abgeschlossen. Worauf das Gebiet am 1. Januar 1957 als zehntes Land zur Bundesrepublik Deutschland kam, Geschichtsvereine. Der Historische Verein für die Saargegend hat sich die Erforschung der Archäologie und Geschichte des Saarlandes und der angrenzenden Gebiete zur Aufgabe gemacht. Für das Forschungsgebiet der Genealogie hat sich der Verein Arbeitsgemeinschaft für saarländische Familienkunde gebildet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017